SPLATFEST BEGINNT POKEMON ROT GEGEN POKEMON BLAU Ihr seht, mein SPLATFEST SHIRT ist angezogen, es müsste sogar auch voll aufgelevelt sein Ja, kein Kleidungswechsel, alle müssen ihre Shirts tragen, das ist ja voll diskriminierend Aber gut, so ist das nun mal, ihr könnt sehen, ich habe mein Shirt vollkommen aufgelevelt Geht auf Angriff, geht auf Regeneration, geht auf Spezialabzug Minus, zweimal sogar Und mal gucken, was man damit so reißen kann Wir sind beim Poncasio Skatepark und schaut mal gleich auf einen unserer Teammates Es hat sich nicht wirklich jemand Gary Oak genannt, Alter Gary Oak, Mann, Props an dich Ja, ihr müsst wissen, Gary Oak, Gary Eich, viele von euch, die die erste Staffel Pokémon gesehen haben Oder die generell die Charaktere aus der Pokémon-Serie kennen, die wissen, wer das ist Ne, das ist schon ziemlich, ziemlich krass, muss ich sagen Sich extra für das Plattfest umzubenennen, hat aber was, muss ich sagen Ist ziemlich cool So, soviel auch schon zum On-Topic, das soll es auch schon wieder gewesen sein Die alte Drecksau So, ja, Leute Ich will jetzt ein bisschen mehr auf dieses Aufnahmethema eingehen Denn ihr müsst wissen Naja, ihr müsst wissen Es war Samstag Nachmittag Ich kam gerade von der Arbeit, wollte unbedingt aufnehmen Mein Tablet liegt sogar hier Mein Tablet, mit dem ich jetzt sogar auch Theoretisch 1080p, 60fps Aufnehmen könnte War auch da Hey Einen Clash of Clans Part aufnehmen Mit dem Ratus Level 5 Und so weiter und so fort Und es ging einfach nicht Ne, ich konnte das Bild irgendwie nicht anzeigen lassen Was ja nicht schlimm gewesen wäre im Endeffekt Weil ihr müsst wissen, ich habe jetzt so ein Gaming Tablet bekommen Oder ich habe es mir gegönnt, sage ich jetzt mal Extra für die ganzen Mobile Gaming Aufnahmen Damit das ein bisschen hochprofessioneller aussieht Ähm, damit ich auch Pünktlich zum Pokémon Go Release Worüber wir auch heute vielleicht mal ein bisschen reden können Ähm Ja Damit ich da Schon mal der Einer der wenigen bin Wenn nicht sogar der Einzige Der Was sowas angeht Was Mobile Gaming angeht Am professionellsten Daher kommt Ne, man muss ja auch irgendwo mal gucken Dass man der Beste ist Denn nicht umsonst Heißt es ja auch bei diesem Splatfest Ich will der Allerbeste sein Wie keiner vor mir war Dö-dö-dö-dö-dö-dö Ganz allein schnapp ich sie mir Ich kenne die Gefahr Und so weiter und so fort Ne und ihr müsst euch vorstellen Kinas Das Ist halt nicht möglich gewesen Ich wollte Einen chilligen Clash of Clans Part aufnehmen Auch eine Show aufnehmen Und es ging halt alles nicht Es geht nicht Und ich kann es mir nicht erklären Was wie gesagt nicht allzu schlimm ist Weil Ich habe jetzt ein Gaming Tablet Mit dem ich sogar Theoretisch Ja Aufnehmen könnte Und zwar mit dem Gamepad allein Oder mit Was heißt Gamepad Mit dem Tablet allein Ne Ich brauche also quasi jetzt nicht mehr die Angewiesenheit Des PCs Um es über den PC aufzunehmen Sondern ich kann es jetzt eigentlich auch schon Professionell genug Auf meinem Tablet aufnehmen Und das ist enorm krass Ne Fakt ist aber Meine lieben Freunde und Kollegen Dass es Trotzdem nicht möglich war Bis gestern Oder bis heute um Sagen wir mal 0 Uhr morgens Ja War es nicht möglich Irgendwie Mit der Wii U aufzunehmen Wie ihr sehen könnt Ist es jetzt möglich Und Ja Wer weiß wie lange Aber dazu kommen wir auch gleich Ne Ich konnte halt vorher mit Der Capture Cards Die ich momentan benutze Für die Konsolenaufnahmen Wie zum Beispiel Wii U Oder sowas Oder theoretisch auch Wii Ne Ich konnte Nicht auf das Bild Zugreifen Momentan kann ich es Wie ihr sehen könnt Weil das ist das Bild Ne Und ich kann darauf zugreifen Ging aber vorher nicht Und Naja Ich weiß selber nicht woran es liegt Dass es jetzt wieder geht Es geht auf jeden Fall Es werden wohl so ein paar Einstellungen gewesen sein Eine aktualisierte Version Des Treibers Der Capture Card und sowas Und alles hochtechnologisch Wovon ihr sowieso keine Ahnung habt Deswegen werde ich jetzt auch aufhören Über diese ganzen technischen Sperrenzchen zu reden Aber ihr müsst halt wissen Meine lieben Freunde und Kinderchens Naja Ich hab halt schon die Hoffnung aufgegeben Dass ich mit dieser Capture Card Wieder auf Ja überhaupt aufnehmen kann Weil halt Ihr müsst wissen Ihr müsst Ihr müsst euch vorstellen Was für Naja nicht Strapazen ich auf mich nehme Weil das wäre ja schon Hart überzupacken Aber Was Für abfuckende Sachen passieren Wenn ich aufnehmen möchte Nämlich das Bild wird So gut wie Kaum angezeigt Wenn es angezeigt wird Ist es nach ein paar Sekunden Standbild Einige von euch die Regelmäßig meine Parts schauen Die wissen was ich damit meine Und was ich damit sagen möchte Nämlich dass ich damit halt Nicht aufnehmen kann Anständig Ich würde sogar sagen Das ist momentan auch noch so Weil Es kann auch immer noch Der Fall eintreten Dass gleich ein Standbild kommt Was Zum Glück nicht der Fall ist Ne Zum Glück Gerade läuft Die Frage ist aber Wie lange Pinners Ne Und Ich weiß nicht Ich denke Jetzt gerade wo es Wo es läuft Werde ich jetzt auch All diese Sachen aufnehmen Die ich heute bringen möchte Sprich Mario Maker Möchte ich noch bringen Mk8 möchte ich bringen Und so weiter und so fort Und Naja Das alles Beinhaltet einfach nur die Tatsache Dass ich quasi Okay Das alles beinhaltet die Tatsache Ich muss das Programm offen halten Damit es überhaupt noch weiterlaufen kann Weil Ihr müsst euch vorstellen Wenn ich das Programm schließen möchte Oder wenn ich es schließe Und dann noch wieder aufmache Ist es Quasi Eine Chance Von 1 zu 1 Million Das Bild Kommt Bild Das sich nicht nach Eine Sekunde aufhängt Und sonst was Ne Und ich kann so einfach Nicht anständig aufnehmen Es ist einfach zu kotzen Ne Naja So viel dazu Ich möchte euch auch nicht Vollhabern mit der Scheiße Es soll heute um was anderes gehen Ich habe ja im letzten Part auch über das Tablet geredet Was ich mir bestellt habe Ähm Wie gesagt Namen und so werde ich nicht nennen Weil Naja Hm Versteht man auch glaube ich Ne Im Bereich Nintendo Wo man So krass auf Konkurrenz Und sowas aus ist Und wo man Keinem etwas ein Stück gönnt Und so Denke ich mir Okay Bist du auch so drauf Wow Props an mich selber Props an mich selber Ihr habt wahrscheinlich gerade eben In der ganzen Aufnahme Oben dick und fett Das Bandicam Wasserzeichen gesehen Und die Aufnahme hat sich natürlich Nach 10 Minuten beendet Weil So ist halt Bandicam Wenn man Bandicam Nicht Registriert hat Oder nicht gekauft hat Kommt dieses Wasserzeichen Ja ich weiß Jetzt kommen einige an und sagen Was Kai Du hast es gar nicht gekauft Sondern du Du möchtest es eher Cracken Das habe ich jetzt nicht irgendwie behauptet Aber Naja ihr wisst Bescheid Ne Ihr könnt euch ja euren Teil denken Warum da jetzt das Wasserzeichen stand Ja Kann ich das irgendwie erklären Gibt es dafür eine Erklärung Gibt es Eigentlich gibt es das für eine Erklärung Ihr müsst euch vorstellen Ich Ihr müsst euch vorstellen Wisst ihr das Das Bild lief so schön Und Ich habe vergessen Dass ich noch nicht die Registrierte Version Geöffnet habe Ne Und in der Zeit war einfach Das die Die Trial Version von Bandicam Und deswegen habt ihr gerade eben wahrscheinlich Den ganzen Part über Das Bandicam Wasserzeichen gesehen Ich werde natürlich gucken Dass ich es irgendwie Weg retuschieren kann Oder sowas Durch Unschärfe Mal gucken Was meine Videobearbeitung Skill zu hergeben Ne Aber an der Stelle erstmal Sorry Dass ich da so Ganz abrupt Beenden musste Beziehungsweise Bandicam hat er selber beendet Weil ihr müsst euch wissen Ihr müsst euch wissen Ihr müsst euch vorstellen Na ja Kinders Wie soll ich euch das jetzt sagen Oder dass ihr anfangt zu weinen Das ist eine gute Frage Habe ich da auch eine gute Antwort Dafür parat Habe ich denn eine Eigentlich schon Warum eigentlich Ich weiß es nicht Hm Na ja Stellt euch einfach vor Wenn ihr Bandicam nicht gekauft habt Habt ihr ein Zeitlimit von 10 Minuten Und oben ist ein Wasserzeichen So Ihr seht Jetzt ist es nicht mehr da Hm Was kann das wohl heißen Richtig Ich habe Bandicam Anscheinend Wieder registriert Und bestätigt Cool ne So Sehr schön Oh man ey So Ich wollte über das Gamepad reden Über mein Grafik Tablet Ne Und über So Spiele wie Pokemon Go Zum Beispiel Ne So Kinders Was lässt sich denn dazu Allgemein denn so sagen Aha Was lässt sich dazu denn sagen Ganz einfach Es ist mit meinem Grafik Tablet jetzt möglich Heißt es Grafik Tablet Oder heißt es eher Gaming Ich würde sagen Es ist eher ein Gaming Tablet Ihr müsst euch vorstellen Es gibt halt mit diesem Gaming Tablet Die Möglichkeit Intern Mit dem Tablet Aufzunehmen Und zwar so aufzunehmen Dass da auch wirklich Wenn man 30 FPS möchte Dass auch wirklich 30 FPS Aufgenommen werden Und Naja Die Möglichkeit Von 60 FPS Habe ich noch nicht gefunden Aber Mal gucken Ob ich sie Die Tage finden werde Ich werde natürlich Mein Bestes geben Denn ich bin ja Ein Pokemon Trainer Und ich will der allerbeste sein Ihr wisst Bescheid Ne Habe ich ja eben auch gesungen So Was das alles denn mit Pokemon Go Zu tun hat Meine lieben Freunde Okay Jens Das Finden wir natürlich Im nächsten Kampfhaus Da wisst ihr Bescheid Ne Da müsst ihr immer schon dranbleiben Ach nee ey Habe ich aber keinen Bock drauf Ey Ach Kai Kannst nicht den Park beenden Du warst eben so unprofessionell Tja Ich kann aber sagen Ich habe drei Kämpfe gehabt Und von denen Habe ich dreimal Gegen Team Rot gewonnen Ich glaube ja persönlich Team Blau wird das ganz klar gewinnen Ne Aber Das ist auch noch Das ist auch noch meine Einschätzung Wisst ihr Bescheid Ne Gut So Was hat denn Ein Gaming Tablet Mit Pokemon Go gemeinsam Hm Schweigsam Stand Kai da Und Schreit gerade Heraus Dass ich es einfach weiß man Und deswegen Werde es euch jetzt sagen So Reim Phase zu Ende Bam So auf jeden Fall ihr müsst wissen Ja was hat Pokemon Go denn mit einem Grafik oder einem Gaming Tablet gemeinsam Ist einfach Beantwortet eigentlich meine lieben Freunde und Kanäle Ihr müsst euch vorstellen Es ist einfach nur so Mit einem Grafik Tablet Was auch wirklich Power unter der Haube hat Ne Mehr unter der Haube als Der ein oder andere YouTuber Ne Raki Ich kann einfach Pokemon Go Wenn es so weit kommt Dass ich es halt aufnehmen werde Und So weit und so fort Dass es halt übelst professionell Werden wird Das könnt ihr euch schon so krass vorstellen Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen Kinders ne Es wird einfach das professionellste Pokemon Go Let's Play Was ihr auf YouTube sehen werdet Es ist von der Qualität das Was man das Nonplusultra nennen kann Denn ihr müsst euch vorstellen Es gibt ein externes Programm wie gesagt Also ein Nicht extern Es ist natürlich Es ist Tablet intern Und man kann damit wie gesagt Den Spielsound Getrennt vom Mikrofon aufnehmen Das heißt wenn ich jetzt sage Okay ich möchte Gerne draußen im Wald rumlaufen Und dazu gern Part aufnehmen Ne Dann gehe ich halt raus Mit dem Tablet Und Nehme das ganze Spielgeschehen auf Werd dazu kommentieren Ja Kinders Und dann kommt die krasse Sache ins Spiel Nämlich Dass ich mit der Mikrofonaufnahme Und der Ingame Soundaufnahme Ein hartes Ausrufezeichen setzt In Sachen Professionalität Weil so etwas werdet ihr wie gesagt Kaum sehen Es werden wahrscheinlich so ein paar Leute geben Die sagen Aha lass mal spaßeshalber Pokemon Go aufnehmen Und ähm Dann sind die irgendwie in Weiß ich nicht In einem Wald Weil sie voll die Waldtendos sind Und das Ding ist einfach Keiner von denen wird auch nur im Ansatz Die Qualität bieten können Die ich euch bieten kann Denn ich hab einfach Man kann sagen Eins der besten Graf Grafiks Slash Gaming Tablets Ihr wisst Bescheid Ne Und Naja Es macht mich einfach stolz Euch halt diesen Qualitätsunterschied aufzeigen zu können Was einfach total krass ist Ne Wenn Pokemon Go jetzt bald mal rauskommt Ich gehe wie gesagt von Ende März Oder was heißt Ende März April März ungefähr aus Ne Keiner Ich gehe von diesem Termin aus Definitiv Fick dich doch Und wenn es rauskommt Werde ich Ja Voller Mundhaftigkeit Im Wald rumlaufen Mit dem Tablet in der Hand Wahrscheinlich noch mit Facecam dabei Und das wird einfach so cool alter Ich freue mich schon drauf Ich hoffe ihr tut das auch Haltet auf jeden Fall Hier auf meinem Kanal die Ohren steif Was Pokemon Go angeht Wenn dazu News rauskommen Ihr erfahrt sie natürlich bei mir zuerst Und sowas ne Das wäre es mit Splatoon Online Ich muss gucken ob ich Es schaffe noch einen Splatfest Part aufzunehmen Weil ihr müsst euch vorstellen Wir haben jetzt gerade 2 Uhr morgens Kurz vor 2 Uhr morgens Und ich muss noch Mario Maker aufnehmen MK8 aufnehmen Clash of Clans Das Let's Show Und bis dahin War wahrscheinlich 3-4 Uhr Und mal gucken ob ich es schaffe In der letzten Stunde Vielleicht noch Ein paar Splatoon aufzunehmen Wir werden es sehen Bis zum nächsten Mal Meine lieben Freunde und Kanierens Macht's gut Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.